Christian Harder, selbstständiger Physiotherapeut aus Bamberg. Ich liebe meine Stadt, weil es meine Heimatstadt ist. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und lebe jetzt hier mit meiner Familie. Im Stadtrat bin ich tatsächlich noch gar nicht, sondern werde gerade erst jetzt vereitigt. Ich freue mich sehr drauf und freue mich für meine Heimatstadt und für mich engagieren zu können. Vielen Dank.